herzlich willkommen bei mini paradise zu einem neuen kleinen video hier bei uns auf dem youtube kanal weil der manuel nämlich eine kleine ankundigung für uns hat richtig weil schon viele bei youtube per mail oder bei facebook schon gefragt haben ob man auch überregional also nicht in kassel bei uns bestellen kann wird es bei uns ein kleines soft opening geben und zwar kann man per e mail bei uns sachen bestellen die bezahlung ist per vorkasse oder per paypal was bieten wir an wir bieten an alle gb produkte außer web exklusiv das gibt es gerade nur lokal bei uns 20 prozent rabatt versandkosten frei hat es bei uns ab 100 euro falls es unter 100 euro ist auch kein problem dann wird aber bei deutschland weil die standard der dhl kosten anfallen falls unsere nachbarländer was bestellen wie österreich oder schweiz ist eigentlich auch überhaupt kein problem je nachdem fallen dann aber die versandkosten ein wenig höher aus ist aber überhaupt kein problem kann man per mail alles klären ja also viele von euch wissen ja dass wir sowieso ein onlineshow planen also wir stehen da auch mit in den startlöchern aber wie man das schon gesagt hat dass die anfragen holten sich mittlerweile und ich habe ja im letzten weihnachtsvideo auch irgendwie so ein quatsch erzählt dass es nicht um geschenke geht und so weiter aber ja hiermit beschenkt man sich ja auch gerne selbst mal und zum thema unterstützung was unseren kanal angeht habe ich ja auch im letzten video mal was dazu gesagt dass viele leute uns als auch schon unterstützen wollten auf patreon oder sowas und wir auch gesagt haben dass wir das derzeit auch nicht wollen weil der lohn für uns sind die kommentare sind positive kommentare tolle kommentare zu lesen und natürlich dann auch in zukunft einfach unserer unserer webshop bzw jetzt unser sage ich mal kleine soft opening von den gb-produkten im versand jetzt über e mail einfach mal richtig damit wir gucken wie das läuft was wir da einplanen müssen das soll ja nicht so viele fehler passieren wir wollen ja einen guten service bieten genau und ja bei uns ist es so dass wir von samstags bis 16 uhr die bestellung angeht geht es am kommenden samstag bei uns als päckchen raus also wenn wir es nicht lieferbar haben genau wenn wir es nicht auf lager ausgenommen ist wenn es zum beispiel ausverkauft ist oder online nicht auf lager da können wir leider auch nichts machen da sind uns genauso die hände gebunden wie bei anderen leuten auch und dafür haben wir ja den e mail kontakt wenn da würden wir euch einfach informieren wenn wir das produkt natürlich auf lager haben bzw hier bei uns im laden dann geht das natürlich auch schnell raus also dann geht das innerhalb von ich sage ich mal spätestens zwei tagen ist das dann raus und in der regel sage ich auch mal schneller aber man muss sich natürlich erstmal vorsichtig anfangen und wir müssen da erstmal wieder irgendwie anfangen und dann kann man da auch schnellere zulieferungen zu sagen genau ja falls da noch fragen sind könnt ihr uns gerne per e mail schreiben die e mail ist unten in der video beschreibung da könnt ihr euch gerne bei uns melden und falls ihr bei uns bestellt es geht auf jeden fall als unterstützung von dem youtube kanal und von dem laden also wir machen da nichts in unserer eigenen tasche zurzeit sondern es geht wirklich alles in den laden und in die community genau und das ist ja auch das projekt was wir wollen deswegen sind wir auch alle deswegen sind wir auch so viele leute die dieses projekt mini paradise machen wir haben natürlich alle noch einen normalen job und das gibt uns natürlich auch den luxus beziehungsweise den freiraum möglichst viel gleich wieder in diesen laden fließen zu lassen in sage ich mal neue produkte in aufstockung unserer unserer eigenen lager sage ich mal um für neue armeen hier auf dem youtube kanal ich meine wir haben schon verdammt viele armeen mittlerweile hier richtig es kann immer weitergehen und wir wollen euch natürlich auch immer mehr zeigen können und vor allem auch so die neuen produkte die jetzt mal rauskommen wollen wir natürlich auch gleich immer im laden haben möglichst schnell fertig bekommen und dann auch euch zeigen und sowas geht natürlich am besten über einen support auf dieser weise ja dann würde ich sagen der start geht am 1.1.2019 los dann nehmen wir per e mail die bestellung an und dann wird bestellt genau kontakt miniparadise.de meldet euch wenn ihr bock habt und ja dann sehen wir uns natürlich auch bald wieder hier auf dem youtube kanal wenn du nichts mehr hast nö ich noch nichts mehr alles klar alles klar tschau macht's gut